Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne die S30R Baton 3 von Olight vorstellen. Diese wurde mir freundlicherweise von Olight Deutschland für dieses Review zur Verfügung gestellt. Die Lampe kommt in der Standardverpackung, wie wir es mittlerweile von Olight gewohnt sind. Alle Informationen sind bereits auf der Verpackung abgebildet. Ich werde die technischen Daten sowie die verschiedenen Leuchtstufen sowie Leuchtdauern unter dem Video posten. Dann könnt ihr diese in Ruhe nochmal nachlesen. Ich packe die Lampe jetzt mal aus. Kommen wir zum Lieferumfang. Neben der Lampe und dem 18650er Lithium-Ionen-Akku wird einiges an Zubehör mitgeliefert. Unter anderem ein kleines Lanyard mit ein Viertelhilfe. Dies ermöglicht es, das Lanyard problemlos hinten durch das Loch an der Tailcap zu führen. Ein Micro-USB-Kabel, um die Ladestation mit Strom zu versorgen. Die Ladestation an sich. Diese verfügt einen Eingang per Micro-USB, der das Laden der Lampe ermöglicht. Des Weiteren verfügt sie über einen USB-Anschluss, welches es ermöglicht, ein anderes Gerät zu laden. Ich komme später auf die Funktionen der Ladestation zurück. Dann gibt es noch eine kleine Broschüre mit Werbung für andere interessante Olaid-Modelle. Und natürlich darf die Anleitung nicht fehlen. Diese ist in Deutsch, sowie in Englisch und anderen Sprachen. Hier wird die genaue Funktion der Lampe nochmal beschrieben. Gucken wir uns die Lampe etwas genauer an. Hinten befindet sich an der Tailcap die Ladevorrichtung, die einfach in die Ladestation gesetzt wird. Die Tailcap ist magnetisch, somit haftet die Lampe sehr gut in der Ladestation. Die Gravuren sind alle schön sauber ausgeführt. Ich konnte auch keine Macken oder sonst irgendwelche Defekte an der Lampe feststellen. Dies ist eigentlich so, wie man es von Olaid gewohnt ist. Den Clip kann man natürlich abmachen. Mir gefällt die Lampe persönlich besser ohne Clip. Olaid hat eine XML2 in der Lampe verbaut. Diese sitzt sauber zentriert hinter dem glatten Reflektor. Davor sitzt eine vergütete Glasscheibe. Kommen wir nun zum User-Interface der Lampe. Die Lampe deckt einen Bereich zwischen 0,5 bis 1050 Lumen ab. Will man die Lampe auf der niedrigsten Stufe starten, so genügt es den Knopf für ungefähr eine Sekunde zu drücken. Nun schaltet die Lampe sich im 0,5 Lumen-Modus ein. Hier hat man Licht für ungefähr 100 Tage. Turbo mit 1050 Lumen erreicht man, ob im eingeschalteten oder ausgeschalteten Zustand, über einen schnellen Doppelklick. Die Lampe hat insgesamt 5 Stufen. Moon mit 0,5 Lumen. Low mit 12 Lumen. Medium mit 120 Lumen. High mit 500 Lumen. Turbo mit 1050 Lumen. In der hellsten Stufe hält die Lampe die Helligkeit für 2 Minuten. Danach regelt sie auf 500 Lumen runter und leuchtet für 200 Minuten weiter. Den Stroboskop-Modus erreicht man im ein- sowie ausgeschalteten Zustand über einen schnellen Dreifachklick. Die Lampe besitzt unter anderem auch noch eine Timer-Funktion. Dies ermöglicht es, dass sich die Lampe nach 3 oder 9 Minuten von selbst ausschaltet. Um die Timer-Funktion zu aktivieren, erst die gewünschte Leuchtstufe einstellen, dann den Knopf zweimal drücken und gedrückt halten. Nun hat die Lampe zweimal aufgeblinkt. Dies bedeutet, dass die 9-Minuten-Timer-Funktion ausgewählt wurde. Will man dies jedoch zu der 3-Minuten-Timer-Funktion ändern, drückt man erneut zweimal den Knopf und hält gedrückt. Dann blinkt die Lampe einmal auf. Jetzt weiß man, dass die Lampe nach 3 Minuten ausschaltet. Die Lampe kann gesperrt werden, indem man den Knopf lange gedrückt hält. Die Lampe schaltet sich im Moon-Modus an, geht wieder aus. Drückt man nun den Knopf, blinkt die LED kurz auf, tut sich aber nichts. Um die Lampe wieder freizuschalten, wieder den Knopf gedrückt halten, bis die Lampe sich wieder einschaltet. Nun kann man gewohnt durch die Stufen hoch und runter schalten. Die Lampe besitzt auch eine Akku-Warn-Funktion. Nun, sobald die Akku-Spannung unter 3,1 Volt sinkt, leuchtet der Schalter rot. Werfen wir noch schnell einen Blick auf die Ladestation. Die grüne LED bedeutet, dass die Ladestation einsatzbereit ist. Setzen wir die Lampe nun auf, wechselt die LED zu rot. Sobald die Lampe geladen ist, wechselt diese wieder zu grün. Die Ladestation gefällt mir gut. Der Magnet haftet fest und durch die Saugknöpfe wird die Station auch auf dem Schreibtisch nicht verrutschen. Zum Schluss möchte ich euch noch gerne den Größenunterschied zwischen der S30R sowie der S2R zeigen. Beides Lampen mit dem gleichen UI sowie den gleichen Leistungsdaten. Der einzige Unterschied ist die Größe des Kopfs. Bei der S30R wurde ein Reflektor verbaut. Bei der S2R hingegen eine Plastiklinse. Diese hat ein flutigeres Licht. Deshalb geht aber ein bisschen an Reichweite verloren, sodass die S30R die höhere Reichweite hat. Mir gefällt die S30R wirklich gut. Ich habe einige Lampen in diesem Format. Das einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Olight bei dieser Lampe das schicke Stoff-Section, was bei der S2R mitgeliefert wird, gestrichen hat. Dafür bekommt man aber eine sehr praktische Ladestation, die auf keinem Schreibtisch fehlen sollte. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich poste unten drunter noch die deutsche Bezugsquelle sowie einen Link zum ausführlichen Review im Taschenlampenforum von einem Phone-Kollegen. Des Weiteren poste ich die technischen Daten sowie die einzelnen Leuchtstufen mit Leuchtdauer unten drunter. Dann könnt ihr diese nochmal in Ruhe nachlesen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.